Vielleicht hilft ja ein Becken. Nix, ich will keinen Becken. Aber der Orton bleibt dabei, kein Ketchup, kein Senk. Mir geht so schlecht, das ist egal. In der Not ist das so gut, auch ohne Brot, gell? Ja. Und du isst normal wirklich ein halber Sturzimmer? Ja, deine Mama muss ja arm sein, du hast ja arm gegessen. Was ist jetzt so deine Mahlzeit am Tag? Sag mal. Am Tag. Ein guter Stuhlstüge, ein guter Tönergeist.